hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal wie man das das hintergrund den hintergrund bei der xbox one ändert ich habe jetzt mein dr tsal gaming mit herz als hintergrund ist eigentlich ganz einfach bloß manche können das nicht meisten die meisten können das nicht das ist ganz einfach ich habe das jetzt mit der fritzbox cable 6490 gemacht oder 6490 wie auch mal man das sagt ich sag 690 hört sich geil an die hat nämlich so ein medienspeicher innen drin und da kann man über laptop pc was weiß ich bilder musik videos alles draufladen und da müsst ihr halt ein bild eurer wahl draufladen am besten damit das gut aussieht 1920 x 1080 also voll hd bild so was ihr dafür machen müsst habe ich gerade gesagt ihr müsst das bild in den online sprecher packen und dann auf eure xbox erst mal in die einstellungen gehen so gehen jetzt mal hin alle einstellungen so dann gehen wir mal runter auf anpassung dann auf meine farbe und mein hintergrund und dann mein hintergrund da geht man einmal rauf dann kann man auswählen erfolgsbild benutzerdefiniertes bild screenshot screenshot sind die bilder die im spiel machen könnt wenn ihr zweimal auf homebutton drückt und in y das ist ein screenshot den könnt ihr dafür auch benutzen hatte ich vorher aber jetzt habe ich hier benutzerdefiniertes bild so da geht ihr einmal rauf schon wird dieses bild kommen und dann seht ihr links den mediensprecher wenn es jetzt mal schneller gehen würde ja medien player und da ist der medien server von a auf m fritz ja ist halt eine fritz box so da geht ihr mit einmal a klicken drauf so jetzt werden euch die ganzen ordner gezeigt die in diesen speicher drin sind da geht ihr auf bilder können auf alle bilder und einfach auf ordner ich mache das jetzt auf ordner so dauert es ein bisschen mit laden zack und da ist ja ich habe es mit pixart gemacht da geht ihr einmal rauf auf das bild bei euch ist das denn euer bild was ihr haben wollt so dann lädt es dann seht ihr schon das ist auf das glaubt das ist auf dem one so dann drückt ihr einmal auf start zack und dann ganz nach unten als hintergrund und fertig schon habt ihr das als hintergrund so einfach ist das bloß die meisten wissen nicht wie das geht und manche sind einfach ja zu blöd dazu will ich jetzt nicht so sagen aber habe ich jetzt so gesagt don't blame me so wenn ihr es fertig habt könnt ihr die medien auch wieder schließen ist nicht so schlimm ich sehe gerade ein freund da online gleich zocken oder auch nicht ich glaube eher nicht ja das war's mein stuhl meldet sich schon wieder das war's dann mit dem video so auf der playstation geht es genauso glaube ich ich kenne mich mit dem mit dem gerät kenne ich mich nicht aus keine Ahnung was da gemacht werden muss aber auf der xbox funktioniert es halt so ich hoffe euch hat das video bis jetzt so gefallen und zeigt es mir dann einfach mit dem daumen nach oben wenn es euch gefällt ja ich bin like geil so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat es wirklich gefallen wenn ja lasst ein like da oder falls ihr noch kein abonnent seid lasst gerne ein abo da bin ich nicht wütend drüber freut mich lieber ja das wär's dann wenn ihr noch solche videos haben wollt oder wenn ihr wissen wollt wie ich das jetzt aufnehme dann schreibt es mal in die kommentare und dann an sich im nächsten video tschüss hau hau